Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer YouTube-Design verändern könnt. Dazu klickt ihr in Google, gebt ein Computerbild YouTube-Design und wählt den ersten Eintrag. Unter Google testet neues YouTube-Design. Dann, halt ich schließe das hier mal schnell. Dann klickt ihr hier unten drauf, das neue YouTube-Design aktivieren. Geht zu Bild 3, hier ist auch nochmal die Anleitung dazu. Und kopiert diesen Code, Dokument-Cookie. Mit STRG und V oder auch dem normalen. Dann geht ihr in YouTube. Bei mir erscheint jetzt schon das neue Design, so sieht das dann aus. Bei euch sollte jetzt noch das alte Design erscheinen. Dadurch geht ihr in die Konsole. Die erreicht ihr mit STRG, Pfeil nach oben und J. Das hier unten. Und dann fügt ihr das Dokument-Cookie ein, indem ihr auf STRG und V drückt. Vielleicht könnt ihr es unten sehen. Und jetzt geht ihr einfach auf die Eingabetaste. Dann erscheint Visitor Info 1 und noch weitere Sachen. So, und dann müsst ihr nur noch letztendlich tun, STRG und F5 zu drücken. Dadurch lädt die Seite neu. Und jetzt sollte bei euch auch das neue YouTube-Design erscheinen. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Und ich freue mich schon auf das nächste Video.